hallo ich wollte ganz kurz mal eine uhr in die kamera halten und zwar ist das eine timex indie glow jetzt bei tageslicht quasi oder bei lampenlicht wenn man hier auf den knopf drückt dann leuchtet sie so blau das machen wir gleich noch mal im dunkeln da steht jetzt www.timex.com stainless steel bag und water resistant 30 meter da steht eine 18 und hier oben steht noch cr 2016 und zum vergleich habe ich hier noch mal eine ganz normale nachgekekste ice watch die habe ich auch nicht unter die lampe speziell gehalten wenn wir das auch mal vergleichen können wie die leuchten also jetzt mache ich das licht aus die normale uhr ist hier fast nicht mehr sichtbar und die indy glow jetzt kommt das finde ich einfach bombastisch das ganze ziffernblatt wird beleuchtet hier weil ich für mein schwiegervater eben ein ein helles ziffernblatt ausgesucht habe finde ich toll gut denn es viele grüße in den schwarzwald schau